Mir ist das Thema Sicherheit bei Pflanzenschutzmitteln besonders wichtig. Es wird sehr viel investiert in Forschung und Innovation im Bereich Wirkstoffe und Produktentwicklung, aber auch in die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Ein gutes Beispiel ist die Beizung. Die Saatgutbeizung, dabei wird das Pflanzenschutzmittel auf das Saatgut aufgebracht. Und der große Vorteil ist im Vergleich zu einer großflächigen Spritzung, bei einem Hektar zum Beispiel 10.000 Quadratmeter, wird bei der Saatgutbeizung nur 50 Quadratmeter, das heißt nicht einmal 1%, nur 0,5% der Fläche behandelt. Und der weitere Vorteil ist, dass das Pflanzenschutzmittel am Saatgut haftet und dadurch nicht weiter in Boden, Wasser ausgebracht wird.